Pich Pich ohr ohr WTF WTF Alter! Was zur Hölle geht denn da ab? Scheiße! Dammit Dammit! Okay das wird ne extrem lange Folge Ich mach euch wieder so 30 Minuten folgen Ihr wisst ja ich bin fair Aaaaaaah Aaaaaaah Haha schade Du bist nicht Duke Nukem Ich weiß trotzdem, offensiv spielen Mir fehlen hier ein bisschen die Granaten momentan Mir nicht Aaaaaaah Ey das gibt es doch nicht Meine Fresse Moment Haben wir irgendwo Granaten? Ich such mal eben Ich hab grad selbst schon gesucht ein paar aber keine gefunden Ich weiß auch nicht woher welche liegen könnten also außer von toten Gegnern Ich hab das mal Granaten Scheiße Okay du bist tot Scheiße Radar Störerei Die ersten hier in der meisten Ich guck gar nicht so oft aufs Radar Okay bedroht Da stehen drei Stück hintereinander Drei Stück Okay bist du wieder da ja ne? Lass mich mal vorlaufen Okay da hat man keine Chance Einfach reinlaufen Da hat man keine Chance Das ist gut dann Das ist gut dann Irgendwie eine Fernkampfwaffe Ja Irgendwie eine Fernkampfwaffe Lass mich mal plappen Pistolen durchscht drauf Ja du musst mir auch sagen auf wen Den goldenen da hinten Moment Moment ich hab kein Leben So ok Ich muss ja auch erstmal regenerieren Gut dann pausch mal keine Rüstung mehr So einer ist los Einer ist Akro Mode Einer ist von Akro Berlin und so Fail Lebst du noch oder? Ich lebe noch Oh das war Marine Hups Es ist endlich vorbei Was hat der denn gefressen? Noo Es geht gerade erst los Ein bisschen von allem Boah Wer mich gerade am meisten abfuckt Sind diese Schakale da oben Alter wir schaffen schon wieder nicht mehr als ein Level in einem Part Du bist nicht tot oder? Nö Du bist tot ne Lebt wieder? Ja ich lebe wieder Hier ist auch keiner Doch da ist er wieder Ja Da war er wieder drinnen Wie eben Ok weiter geht's Komm Mal gucken ob wir es diesmal schaffen Geht Du lebst noch ne? Ich lebe noch Gut Voll ich die gerade mit dem Schlag auf der Ich bin tot Gut ich bin erstmal hinten als Sniper Wo Wo sind die da? Ach da In die Richtung Ja wir haben Kontrollpunkt Oh perfekt Dann muss ich mich ja nicht zurück halten Oh warte mal guck Mit wem muss ich hier schlafen um eine Zigarre zu bekommen? Wer war's das ne? Geil Hast du den Spruch auch gehört? Leider nicht mehr Ich hab meinen Fall extra ein bisschen leiser War da extra so ne Frau Also war da so ne Frau meint die so Mit wem muss ich hier schlafen um eine Zigarre zu bekommen? Zu geil Das hat man aber übelst laut gehört Also das kannst du dir nachher angucken nochmal Wenn's hochgeladen ist Das hört man extrem gut Du auch? Scheiße Egal wir hatten Kontrollpunkt Wir hatten Kontrollpunkt Ja geil wenn der jetzt nicht gezählt hat Wetten? Doch Cool Okay du bist tot Du bist auch tot Und Das war's schon Der ist nie da hinten noch dran Der ist nie da hinten noch dran Boah ja klar Gar nicht übertrieben ne Geh in Deckung schnell Das war grad fail für ihn ein Ja ich helfe ne Granate und sein Blasenschild aktiviert sich und die Granate ist unten drin Ja geil Ja Und die Schakale Und die Schakale ey Gut die Schakale sind tot oder? Ja Häuptlinge Ja Ja Häuptlinge Ich hab auch nichts anderes behauptet Ich hab auch nichts anderes behauptet Er hat gesagt wir haben unser Bestes gegeben Ja ich hab auch nichts anderes behauptet So weiter geht's Was hier auch witzig ist dass man auf das Flugzeug jumpen kann wenn wir schon da sind an der Stelle Warte wir haben die Einsatzzentrale verloren Ähm Achso Stimmt ja Moment haben wir noch ein paar Leute dabei Gut Ich hab mit deinem Fähl Ich kriege das Schadflipfengewehr Und die Schrotfunktion behalte ich aber Da kommt der Lift auch schon Wir nehmen alle mit okay Ja okay Hau rein Lift geh auf Gut dankeschön So jetzt kommt mal rein Männers Und Frauens Und Funker Sooo Und auf geht die wilde Fahrt Das ist auch ein Kerl ne Und die Frau ist glaube ich hier hinten Das ist die Frau ne Also wir sind in einem anderen Äh in Miranda aber ich glaube er ist eine Frau Nein Mann ne Das ist ein Kerl Ja okay Oh nein Geld verdrucken Yay Was cool ist Die noch im Recht Wettbewerb Was sind die Wettbewerb Was hast du gesagt Killingen rum irgendwo Was für die Händler Und die Wettbewerb 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 Wettbewerb Und die Wettbewerb Und die Wettbewerb Fett Meine Frage Wo willst du jetzt hingehen Was Wo willst du jetzt hingehen Warum Sag mal die Mine Ähm Normal Man kann auch hier hochgehen ne Wo die alle rauskommen Hier oben liegen richtig viele Waffen Und Tarnung und was weiß ich alles Wo bist du denn Im Gang hier hoch Achso Wo die alle rauskommen Ja dann gucken wir mal eben Weil hier gehe ich immer die mal wenigsten lang Weil die denken hier ist nix Ach doch den Weg kenn ich aber den Den gehe ich immer irgendwie Denke dann ich bin richtig Und merke dann Genau das habe ich früher auch gemacht Ich bin den Weg irgendwie immer gegangen Hier liegt glaube ich eine Tarn Eine Unsichtbarkeit oder so ne Ja dann liegt hier nochmal ein Gravilift So ein Gravelift ja Regenerator Und hier kann man Regenerator Ja Nehmen sich ein Aber ich will lieber die Tarnausrüstung Jo Wenn man Schuhrot stimmt Der bringt's mehr Da 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 Weiter geht's Mal gucken Oh scheiße Das war ein Gäder Ich habe nur noch äh Ungefähr Ja Ein bisschen Ja doch knapp eine Stunde habe ich noch Zeit Also wir können noch ein bisschen Nur Das Level schaffen wir auf jeden Fall noch Ja Nur ich weiß nicht ob wir das nächste noch komplett schaffen Wenn nicht äh Bei Multiplayer gibt's keine Kontrollpunkte ne Hmm Doch eigentlich schon Normalerweise gibt's ja welche Nicht so wie bei Wo wir versucht haben Weißt noch Ja ja deswegen ja Also normalerweise muss es jetzt Kontrollpunkte geben Ja aber wieso Speicher hat Wie sagt der die letzte Mal nicht gespeichert Das weiß ich auch nicht Fail Hm Ah Sol Nein Logisch Okay Okay also bei so Gesprächen und Cutscene halten wir ab jetzt am besten die Fresse oder? Joa wär gut Zack Zack Einmal du Einmal ihr Scheiße Achso Das sind noch mehr Leute Okay Äh Wo muss ich denn jetzt hin? Hier lang? Da hinten Passt perfekt Da die gerne Tarnung ne Wo? Na hier Okay dann mach ich jetzt mal Wie folgt So Oh Gott wenn wir jetzt sichtbar werden Nein Ich bin sichtbar Fuck What the fuck Ich bin tot Ich auch Okay so bringt das nix Also durchschleichen können wir uns nicht Zumindest nicht so gut Oder wir hätten einfach nur da hochgemusst glaub ich rechts ne? Einfach ne Wir hätten gar nicht mehr hochgemusst Wir hätten einfach nur links reingemusst Oh Entschuldigung So okay dann töten wir jetzt hier vorne die alle Und ab äh da hinten nehmen wir dann Die Tarnung Und du ich lauf dir dann hinterher okay? Ja okay Weil ich bin mir hier gerade unsicher wo wir hin müssen Muss Müssen Eigentlich müssen wir jetzt einfach nur zurück Den Weg zurück Okay Dann Rauch ich einfach hinterher Dann rauch ich einfach hinterher Ach Stirb Stamm Ich bin wohl nie mehr drin Tod Wieder da? Ja Okay such dir deine Tarnung Habe ich Okay Jetzt Eins Zwei Entschuldigung ich bin schon Drei und Wann wir Wir haben ihn nicht immer mit der Kunst gesehen Hä? Link rum einfach jetzt links rein Hinter ihm rein Das Laden erledigt Laden erledigt ist kein Kontrollpunkt ne? Kommt Ich bin noch doof Ich eröffne eine Granate gegen die Schranktür, gegen die Schrankseite. Was? Boah. What the fuu. Nein. Boah. Alter. Wie das hier abgeht mit dem. Tod. Ich flüchte, 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 ich flüchte. Okay. Noch bin ich nicht da, noch bin ich nicht da. Jetzt bin ich da. Okay, gut. Wo ist denn der große da? In der großen Bumme. Er steht da hinten. Boah. Ein Schuss. Aua, bist du auch tot? Ja. Scheiße. Ich nehme mich auch. Egal, wo haben wir Kontrollpunkt, wo haben wir Kontrollpunkt. Ich bin in der Tat noch drin. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, ich werde langsam sichtbar, ich werde langsam sichtbar. Boah. Huh. War das knapp. Stammt, ich bin tot. Warum stirbst du immer an der Stelle? Du hast deine Unsichtbarkeit zu früh aktiviert, oder was? Ja, ein Stück nicht zu früh. Boah, hier drinnen geht immer so die Post ab, ne? Scheiße. Ja, ich mach das mal kurz. Ich laufe mal kurz ein paar Mal rein. Lass dich einfach nicht töten. Geil, ich glitsch mich gerade an der Tür rum. Du bist bei mir tot, ne? Ja, ich bin tot. Ach so, okay. Da kommt gerade einer mit dem... Geh nach hinten, flieh. Flieh. Hinter uns ist der Weg blockiert. Okay, ich guck mal aus deiner Sicht. Ähm... Da, guck. Lebe wieder. Ich kann ja noch leben. Der hatte gar kein Ding ins Tank mehr. Gar kein Sauerstoff-Tank. Wie konnte der noch leben? Gute Frage. Cheater. Boah! Perfekt getroffen, die Granate. Alter! Was ist denn da jetzt schon wieder explodiert? Ich geh von meinem Versteck weg. Ach, da ist noch einer. Er ist tot. So, weil ich ihn getötet habe, darf ich das Ding in die Arme. Ja, okay. Bisschen wir nach unten? Ne, eben zur Bombe müssen wir hin. Na gut, dann nehmen wir halt die Bombe. Moment auf, warte auf mich. Jo, ich will kurz die Typen da oben töten. Ah, betot aufpassen, ne? Oh, geschützt oben. Welches geschützt? Besser. Welches? Das, was nicht mehr vorhanden ist. Hier gibt es jetzt ja auch den Schädel drauf und so alles, ne? Was? Hier gibt es jetzt auch einen Schädel. Ah ja. Ja, das weiß ich. Irgendwo da oben drauf, diesen Rohren da. Ja, der Gold, also einen der Goldschädel für den Erfolg. Ja, aber den habe ich auch schon. Wie gesagt, ich habe die Schädel alle, von daher. Wo bist du jetzt hin? Ich sterbe. Nicht sterben. Ah, ah. Ja, ich habe den Schädel, ich habe ihn. Ole. Also eigentlich wäre es spannender, wenn ich die Schädel zeige, aber du bist immer schon vorher da. Ja, stimmt. Schau dir mal. Oh, was ist denn da? Das hier wird ja auch kein 100% Run. Also im Sinne von, wir zeigen alles. Das hier wird ja auch kein 12h. Können wir lassen. Wir freuen uns, wir kommen mit. Oh, das hier ist da. Ich bin ja noch nicht. Neh, es sympter towers. Ich bin ja auch einfachjed훈ig, ja zumindest. nächsten Mal. Oh, das ist ja auch gekehrt. Oh meinstanden. Ja das ist. Ich bin ja auch nicht. Herr Hahn. Oh mein Gott wie nächstesет.